In jedem Einzelnen von uns gibt es eine Lehre, die niemals gefüllt werden kann. Ein Teil von uns sehnt sich nach einem vollständigen und endgültigen Verständnis des Lebens, unseres Seins und all der damit einhergehenden Fragen. Einem allwissenden Endpunkt im Streben nach Wissen. Jeden Moment könnte eine neue wissenschaftliche Entdeckung, ein technologischer Fortschritt eintreten und unser bisheriges Verständnis der Realität zum Einsturz bringen, es zerbröckeln lassen. Jede Antwort bringt neue Fragen mit sich, jeder Schritt vorwärts erhält einen Pfad ohne, dass dabei ein Ziel in Sichtweite auftaucht. Wir sind bewusst genug, um die Welt wahrzunehmen und uns Fragen zu stellen, aber zu unbewusst, um auch ausreichende Antworten auf diese Fragen zu finden. Das geht mit einem enormen Leidensdruck einher. Über unsere tiefgründigsten Fragen können wir nur spekulieren. Fragen wie, woher kommen wir, sind wir frei, wie sollten wir uns verhalten, was liegt noch vor uns und was ist der Sinn von alledem? Die Tatsache ist, dass wir derzeit keine Möglichkeit besitzen, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Vielleicht gibt es diese Antworten nicht einmal in schlüssiger Form oder vielleicht sind wir Menschen nicht dazu geschaffen, sie jemals zu finden. Wenn wir über unsere Unfähigkeit nachdenken, unsere grundlegendsten und existenziellsten Fragen zu beantworten, beginnt sich dies hoffnungslos anzufühlen. Und es ist unsere fortwährende Unwissenheit über die Realität, die diese Leere erzeugt, die wir nie ganz füllen können. Deshalb verbringen wir gewohnheitsgemäß einen Großteil unserer Zeit mit Ablenkungen und vorübergehenden Vergnügen, die unser Bewusstsein dämpfen. Es ist zutiefst menschlich, nach Antworten zu streben, nach neuen Erkenntnissen und Erklärungen, sich einen Endpunkt der Intelligenz vorzustellen, um sich final mit der absoluten Wahrheit zu synchronisieren. Aber es ist auch zutiefst menschlich, diesen Punkt nie zu erreichen. Wie sollten wir aber mit der Tatsache umgehen, leben zu müssen, trotz der vielen fehlenden Antworten auf unsere fundamentalsten Fragen und auch mit all dem Leid, das mit dem Leben einhergeht? Eine Möglichkeit liegt darin, den sogenannten pragmatischen Pessimismus zu leben, der vom Philosophen David Beneta in seinem Buch The Human Predicament postuliert wurde. Benetas Buch beschäftigt sich mit den großen Fragen, ob unser Leben sinnvoll oder lebenswert sei und wie wir auf unseren bevorstehenden Tod reagieren sollten. Er warnt seine Leser, dass er keine tröstlichen Antworten auf diese Fragen geben werde. Stattdessen argumentiert er, dass die Antworten auf die großen Fragen des Lebens offenbaren, dass der Zustand des Menschen ein tragisches Schicksal ist, eines aus dem es kein Entrinnen gibt. In einem Satz, das Leben ist schlecht, aber der Tod ist es auch. Natürlich ist das Leben nicht in jeder Hinsicht schlecht, aber sowohl das Leben als auch der Tod sind in entscheidender Hinsicht furchtbar. Zusammen bilden sie einen existenziellen Schraubstock, den elenden Griff, der unser Dilemma erzeugt. Der Rest des Buches erklärt dieses Dilemma. Die Grundstruktur des Arguments lautet wie folgt. Während unser Leben für jeden etwas bedeuten mag, sei das Leben aus einer kosmischen Perspektive bedeutungslos. Das Leben habe keinen großen Zweck. Das Universum war gleichgültig gegenüber unserem Kommen und es wird gleichgültig gegenüber unserem Gehen sein. Das bisschen Sinn, das unser Leben aufweise, sei flüchtig und alle menschlichen Errungenschaften vergingen. Am Ende werde alles so sein, als habe es uns nie gegeben. Das bedeutet aber nicht, dass das Leben überhaupt keinen Sinn besitze, aber dass dieser Sinn stark begrenzt sei. Doch selbst wenn unser Leben ein wenig Sinn aufweise, sei es von minderer Qualität und mit endlosem Leiden verbunden. Manche Menschen seien besser dran oder glücklicher als andere, aber auf lange Sicht gehe es keinem von uns wirklich gut. Es sei nicht so, dass jeder Moment schrecklich sei, sondern dass das Leben uns früher oder später ein schreckliches Schicksal beschere. Dennoch schlussfolgert Benetha nicht, dass, da das Leben schlecht sei, der Tod folglich gut sein müsse. Stattdessen argumentiert er, dass auch der Tod schlecht sei. Der Tod tut nichts, um unserer kosmischen Bedeutungslosigkeit entgegenzuwirken. Benetha bezweifelt darüber hinaus Behauptungen über eine menschliche Unsterblichkeit und argumentiert, dass Unsterblichkeit keine gute Sache sei. Er räume ein, dass es besser wäre, die Möglichkeit der Unsterblichkeit zu haben, als sie nicht zu haben, bezweifelt aber, dass wir diese Möglichkeit jemals haben werden. Und obwohl Selbstmord die menschliche Zwangslage nicht löse, sei er manchmal die beste Wahl. Doch selbst wenn er rational sei, sei Selbstmord tragisch, weil er sowohl andere beeinträchtige als auch ein Individuum auslöche. Daher lehne er die Idee, sich doch einfach umzubringen, wenn alles so schlimm sei, ab. Dieses menschliche Dilemma sei nicht das Produkt eines bewussten Agentens, sondern blinder evolutionärer Kräfte. Und das menschliche Bewusstsein verschlimmere die Situation, weil Menschen anderen Menschen kolossale Mengen an Leid und Tod zufügten. Während wir jedoch pessimistisch sein sollten, was die Möglichkeiten eines kosmischen Sinns angeht, können wir dennoch einen begrenzten Sinn erhalten. Man sollte zum Beispiel nicht darauf verzichten, seine Familie zu lieben, sich um Kranke zu kümmern, die Jugend zu erziehen, Verbrecher vor Gericht zu bringen oder die Küche zu putzen, nur weil diese Unternehmungen aus der Perspektive des Universums keine Bedeutung haben. Sie seien in ihren Momenten für bestimmte Menschen wichtig. Ohne solche Unternehmungen werde das Leben nämlich jetzt und in naher Zukunft viel schlechter sein, als es sonst sein würde. Natürlich wehren sich die Menschen gegen pessimistische Ansichten über das Leben. Außerdem versuchen sie diese zu unterlaufen, indem sie behaupten, dass Anhänger des Pessimismus grießgrämig oder pathologische Individuen seien. Beneta gibt zwar zu, dass diese Adjektive einige Pessimisten beschreiben, aber eben nicht alle. Für viele sei der Pessimismus eine authentische Reaktion auf die Erkenntnis der menschlichen Zwangslage. Wie sollten wir also auf das menschliche Dilemma reagieren? Zunächst sollten wir laut Beneta damit aufhören, Kinder zu bekommen, um so den Kreislauf des Leidens zu beenden. Aber was können wir an unserer Situation ändern, wenn wir bereits existieren? Selbstmord könnte eine rationale Antwort sein, aber besser wäre es, unserem Leben einen Sinn zu geben. Eine noch bessere Antwort wäre es, einen pragmatischen Optimismus anzunehmen, der die menschliche Zwangslage anerkennt, aber den Optimismus zur Bewältigung einsetzt. Dies wäre am erfolgreichsten, wenn man tatsächlich an eine optimistische Sichtweise glaube. Der Optimist könnte das Schrecken der menschlichen Zwangslage erkennen, aber versuchen, diesen Schrecken in Schach zu halten und optimistisch zu bleiben. Beneta befürchtet jedoch, dass diese Abschottung schwer aufrecht zu erhalten sei. Wenn man hier nicht die richtige Balance halte, könne man übermäßig optimistisch werden oder wieder in Pessimismus verfallen. Der beste Bewältigungsmechanismus wäre es, laut Beneta einen pragmatischen Pessimismus anzunehmen. Hierbei akzeptiere man eine pessimistische Sicht auf das Leben, ohne sich mit dieser Erkenntnis unnötig aufzuhalten und beschäftige sich mit Projekten, die den irdischen Sinn verbesserten und die Lebensqualität steigerten. Mit anderen Worten, es erlaubt Ablenkungen von der Realität, aber keine Verleugnung derselben. Es macht das eigene Leben weniger schlimm, als es wäre, wenn man zuließe, dass die Zwangslage einen bis zu dem Punkt überwältigt, an dem man ewig düster und dysfunktional ist. Wie todkranke Patienten sollten wir uns mit unserem bevorstehenden Tod auseinandersetzen, aber nicht so besessen davon sein, dass wir keine Zeit mit unseren Freunden und unserer Familie verbrachten. Während wir also unsere missliche Lage etwas verbessern können, sei dies das existenzielle Äquivalent der Palliativmedizin. Das ist die Zwangslage der Palliativmedizin.